Der Sinn des Lebens Das Recht auf Glück Ich bin davon überzeugt, dass der eigentliche Sinn unseres Lebens im Streben nach Glück besteht. Das ist ganz klar. An welche Religion der Mensch auch glaubt, jeder hält Ausschau nach etwas Besserem im Leben. Daher meine ich, dass unser Leben auf das Glück hin ausgerichtet ist. Mit diesen Worten dringt der Dalai Lama zum Kern seiner Botschaft vor. Seine Behauptung jedoch, dass Glück den Sinn und Zweck des Lebens ausmache, ließ eine Frage in mir aufkommen. Später, als wir unter uns waren, erkundigte ich mich, sind Sie glücklich? Ja, sagte er. Er hielt einen Augenblick inne und fügte dann hinzu, ja, ganz bestimmt. In seiner Stimme lag ein ruhiger Ernst, der keinen Zweifel gestattete. Ein Ernst, der sich auch in seiner Miene und in seinen Augen ausdrückte. Aber ist Glück denn ein vernünftiges Ziel für die meisten von uns? fragte ich. Ist es tatsächlich erreichbar? Ja, ich glaube, dass Glück durch die Schulung des Geistes erlangt werden kann. Auf einer grundlegenden menschlichen Ebene gefiel mir die Idee sehr, dass Glück ein erreichbares Ziel sei. Als Psychiater war ich jedoch durch Freuds Ansicht vorbelastet, dass das Ziel der Mensch solle glücklich sein nicht im Schöpfungsplan enthalten ist. Unsere Ausbildung hat viele in meinem Beruf zu dem düsteren Schluss veranlasst. Man könne bestenfalls auf die Umwandlung der hysterischen Misere in gewöhnliches Leid hoffen. Von diesem Standpunkt aus scheint die Behauptung, es gebe einen klar umrissenen Weg zum Glück, recht radikal zu sein. Als ich die Jahre meiner psychiatrischen Ausbildung Revue passieren ließ, konnte ich mich kaum daran erinnern, dass das Wort Glück als therapeutisches Ziel auch nur erwähnt wurde. Natürlich redete man oft davon, die Symptome der Depression oder Angst abzubauen und innere Konflikte oder Beziehungsprobleme zu lösen, aber niemals mit der erklärten Absicht, den Patienten glücklich zu machen. Die Vorstellung, dass wahres Glück möglich sei, scheint im Westen immer unklar definiert und schwer fassbar gewesen zu sein. Sogar happy, das englische Wort für glücklich, leitet sich von dem isländischen Wort hab ab, das einen glücklichen Zufall bezeichnet. Die meisten von uns teilen offenbar diese Auffassung von der mysteriösen Natur des Glücks. In jenen Augenblicken der Freude, die das Leben mit sich bringt, scheint Glück etwas aus heiterem Himmel Entstandenes zu sein. Für meinen westlich geprägten Geist gehört Glück nicht zu jenen Dingen, die man einfach durch eine Schulung des Geistes entwickeln und aufrechterhalten kann. Auf meinen Einwand hin ließ der Dalai Lama nicht mit einer Erklärung auf sich warten. Wenn ich von Schulung des Geistes spreche, beziehe ich Geist nicht nur auf unsere kognitive Fähigkeit oder unseren Intellekt. Vielmehr benutze ich den Begriff im Sinne des tibetischen Wortes Sem, das eine umfassendere Bedeutung hat und eher den Begriffen Psyche oder Gewahrsein entspricht. Es schließt Intellekt und Gefühl, Herz und Verstand ein. Mit einer gewissen inneren Disziplin können wir unsere gesamte Lebenseinstellung umwandeln. Diese innere Disziplin kann sich natürlich auf viele Dinge und Methoden erstrecken. Im Allgemeinen beginnt man jedoch mit der Identifizierung der Faktoren, die zu Glück führen und jener, die Leid hervorbringen. Danach eliminiert man die Letzteren schrittweise und pflegt die Ersteren. Das ist der Weg. Der Dalai Lama behauptet, ein gewisses Maß an persönlichem Glück gefunden zu haben. Dies kommt in seiner Fähigkeit zum Ausdruck, sich anderen mitzuteilen und ein Gefühl der Nähe und des Wohlwollens zu erzeugen, und das selbst bei kürzesten Begegnungen. Unsere Tage sind gezählt. In eben diesem Moment werden Tausende in die Welt hineingeboren, von denen manche nur wenige Tage oder Wochen leben, bevor sie tragischerweise einer Krankheit oder einem anderen Unglück erliegen. Einigen ist es dagegen vergönnt, die Jahrhundertgrenze zu erreichen oder vielleicht sogar zu überschreiten und voll auszukosten, was das Leben zu bieten hat. Triumph, Verzweiflung, Freude, Hass und Liebe. Vorhersehbar ist es niemals. Aber ganz gleich, ob wir nun einen Tag oder ein ganzes Jahrhundert leben, eine zentrale Frage bleibt bestehen. Was ist der Zweck unseres Lebens? Was verleiht unserem Leben einen Sinn? Der Sinn unserer Existenz liegt in dem Streben nach Glück. Diese Idee scheint dem gesunden Menschenverstand zu entsprechen, und auch westliche Denker von Aristoteles bis hin zu William James stimmen ihr zu. Aber ist ein Leben, das auf dem Streben nach persönlichem Glück beruht, nicht von Natur aus egozentrisch, vielleicht sogar zügellos? Nicht unbedingt. Vielmehr hat eine Umfrage nach der anderen gezeigt, dass es gerade unglückliche Leute sind, die dazu neigen, extrem selbstbezogen zu sein, sich abzukapseln, vor sich hin zu brüten und sogar feindselig zu agieren. Dagegen sind glückliche Personen im Allgemeinen aufgeschlossener, flexibler, kreativer und fähiger, die Frustrationen des täglichen Lebens zu ertragen. Und was am wichtigsten ist, sie sind liebevoller und versöhnlicher als unglückliche Menschen. Angenommen, wir stecken in einem Verkehrsstau. Nach 20 Minuten kommt er endlich wieder in Fluss, sodass man sich schrittweise fortbewegen kann. Wir sehen jemanden in einem anderen Auto, der anzeigt, er wolle vor uns auf unsere Spur wechseln. Sind wir guter Dinge, mögen wir eher bereit sein, langsamer zu fahren und ihn einzuwinken. Wenn wir uns miserabel fühlen, werden wir möglicherweise einfach beschleunigen, um die Lücke vor uns zu schließen. Schließlich habe ich festgesessen und die ganze Zeit gewartet. Warum sollte ein anderer nun vorfahren? Wir beginnen also mit der Prämisse, dass es der Sinn des Lebens sei, nach Glück zu streben. Es ist die Vision von Glück als einem realen Ziel, das wir durch positive Schritte erreichen können. Und wenn wir die Faktoren bestimmen, die zu einem erfüllteren Leben führen, werden wir erfahren, dass die Suche nach Glück nicht nur für den Einzelnen Vorteile mit sich bringt, sondern auch für die Familie des Betreffenden und ebenso für die Gesellschaft als Ganzes. Die Quellen des Glücks Vor zwei Jahren erlebte eine Bekannte von mir einen unverhofften Glücksfall. 18 Monate zuvor hatte sie ihre Arbeit als Krankenschwester gekündigt, um für zwei Freunde zu arbeiten, die einen kleinen Pflegedienst gegründet hatten. Der Erfolgskurs der Firma verlief kometenhaft und innerhalb von 18 Monaten wurde sie von einem großen Konsortium für eine Riesensumme aufgekauft. Von den ersten Anfängen der Firma dabei ging meine Bekannte aus dieser Auszahlung überreich an Aktienkapital hervor. Genug, um sich im Alter von 32 Jahren zur Ruhe zu setzen. Ich traf sie vor nicht allzu langer Zeit und fragte sie, wie ihr der Ruhestand gefalle. »Na ja«, sagte sie, »es ist wunderbar zu reisen und Dinge zu unternehmen, die ich mir schon immer gewünscht habe. Aber es ist merkwürdig. Nachdem ich die Aufregung über das viele Geld verkraftet hatte, hat sich alles wieder normalisiert. Ich meine, die Situation hat sich geändert. Ich habe ein neues Haus und neue Sachen gekauft. Aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass ich viel glücklicher bin als vorher. Ungefähr zu der Zeit, als meine Bekannte aus ihrem Glücksfall Kapital schlug, fand ein Freund desselben Alters heraus, dass er HIV-positiv ist. Wir sprachen darüber, wie er mit seinem HIV-Status fertig wird. »Natürlich war ich zunächst niedergeschmettert«, sagte er. »Ich brauchte fast ein Jahr, um mich allein mit der Tatsache abzufinden, dass ich das Virus habe. Aber während des letzten Jahres haben sich die Dinge gewandelt. Es scheint, dass ich aus jedem Tag mehr heraushole als je zuvor. Und auf einer Augenblicksbasis fühle ich mich glücklicher denn je. Ich weiß das Alltägliche mehr zu schätzen. Bin dankbar dafür, dass bisher keine ernsthaften Aids-Symptome aufgetreten sind. Ich kann mich wirklich an den Dingen erfreuen, die ich habe. Und obwohl es mir lieber wäre, nicht HIV-positiv zu sein, muss ich zugeben, dass es in gewisser Weise mein Leben verändert hat. In einem positiven Sinne. In welcher Hinsicht, fragte ich. Du weißt, dass ich immer ein überzeugter Materialist war. Aber dadurch, dass ich mich während des letzten Jahres mit meiner Sterblichkeit abgefunden habe, hat sich mir eine völlig neue Welt eröffnet. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben damit angefangen, die Spiritualität zu erforschen. Ich habe eine Menge Bücher zu diesem Thema gelesen und mit Leuten darüber geredet. Und habe so viele Dinge entdeckt, die mir nie zuvor in den Sinn gekommen sind. Es ist spannend, einfach nur am Morgen aufzustehen und zu erleben, was der Tag bringt. Beide Personen verdeutlichen den entscheidenden Punkt. Das Glück eher durch die eigene Geistesverfassung, denn durch äußere Ereignisse bestimmt wird. Erfolg mag uns zeitweilig in eine gehobene Stimmung versetzen. Eine Tragödie mag eine Periode der Depression hervorrufen. Aber früher oder später wird sich unser Gesamtmaß an Glück wieder auf ein gewisses Grundniveau einpendeln. Die Psychologen nennen diesen Prozess Adaption. Und wir können prüfen, wie dieses Prinzip in unserem Alltagsleben funktioniert. Eine Gehaltserhöhung, ein neues Auto oder die Anerkennung durch Kollegen mögen unsere Stimmung für eine Weile heben. Aber wir werden schnell wieder zu unserem gewöhnlichen Maß an Glück zurückkehren. Ebenso können uns ein Streit mit einem Freund, ein Auto in der Werkstatt oder eine kleinere Verletzung missmutig stimmen. Aber innerhalb von Tagen wird unser Geist sich wieder aufschwingen. Diese Tendenz ist nicht auf die trivialen Ereignisse des Alltags beschränkt, sondern bleibt sogar unter extremen Bedingungen von Triumph oder Katastrophen bestehen. Wenn wir also dazu neigen, wieder zu dem für uns charakteristischen Grundpegel an Glück zurückzukehren, ganz gleich, welche äußeren Bedingungen vorherrschen, was bestimmt dann diesen Grundpegel? Und was wichtiger ist, kann er modifiziert und auf ein höheres Niveau gebracht werden? Einige Forscher vertreten seit jüngerer Zeit den Standpunkt, dass individuell charakteristische Maß an Glücksempfinden oder Wohlergehen sei zumindest bis zu einem gewissen Grad genetisch festgelegt. So haben Studien ergeben, dass eineiige Zwillinge mit derselben genetischen Veranlagung eine sehr ähnliche Ebene des Wohlempfindens besitzen, unabhängig davon, ob sie zusammen oder getrennt aufwachsen. Aber selbst wenn der genetische Zustand eine Rolle in Bezug auf das Glück spielt, wobei die Frage, wie gewichtig diese Rolle ist, noch offen bleibt, stimmen die Psychologen dahingehend überein, dass wir, ganz gleich mit welchem Grad an Glück uns die Natur ausgestattet hat, Schritte unternehmen können, um unser Glücksempfinden mittels des Geistfaktors zu steigern. Das liegt daran, dass unser augenblickliches Glück vorwiegend durch unsere Sichtweise bestimmt wird. Ob wir uns zu einem beliebigen Zeitpunkt glücklich oder unglücklich fühlen, hat meist sehr wenig mit unseren absoluten Bedingungen zu tun, sondern vielmehr damit, wie wir unsere Situation wahrnehmen, wie sehr wir mit dem, was wir haben, zufrieden sind. Der vergleichende Geist Was formt unsere Wahrnehmung und legt unseren Grad an Befriedigung fest? Unsere Zufriedenheit wird stark von unserer Neigung zu vergleichen beeinflusst. Wenn wir unsere derzeitige Situation mit der Vergangenheit vergleichen und befinden, dass es uns jetzt besser geht, fühlen wir uns glücklich. Das geschieht beispielsweise, wenn unser Jahresgehalt plötzlich von 15.000 Euro auf 25.000 Euro hinaufschnellt. Aber es ist nicht der absolute Betrag des Einkommens, der uns glücklich macht. Denn sobald wir uns an unser neues Gehalt gewöhnt haben, merken wir, dass wir erst dann wieder glücklich sein werden, wenn wir auf ein Jahreseinkommen von 30.000 Euro kommen. Zudem schauen wir umher und vergleichen uns mit anderen. Ganz gleich, wie viel wir verdienen, wir tendieren dazu, mit unserem Gehalt unzufrieden zu sein, wenn unser Nachbar noch mehr verdient. Profisportler etwa beklagen sich bitter über ein Jahreseinkommen von 2, 3 oder 4 Millionen und rechtfertigen ihre Unzufriedenheit mit dem höheren Gehalt anderer Mannschaftsmitglieder. Dies scheint H. L. Mankens Definition eines reichen Mannes zu stützen. Jemand, dessen Jahreseinkommen um 100 Euro höher ist als das seines Schwagers. Unsere Zufriedenheit im Leben hängt also oft davon ab, mit wem wir uns vergleichen. Natürlich stellen wir auch über andere Dinge als das Gehalt Vergleiche an. Unaufhörliche Vergleiche mit denen, die klüger, schöner, erfolgreicher sind als wir, bringen Neid, Frustration und Verdrossenheit hervor. Wir können dasselbe Prinzip jedoch positiv anwenden, indem wir uns mit denen vergleichen, die weniger vom Glück begünstigt sind und indem wir uns all das vor Augen führen, was wir besitzen. Wir können also das Gefühl der Zufriedenheit je nach Perspektive erhöhen oder verringern. Dies weist deutlich auf den Vorrang unserer geistigen Einstellung für ein glückliches Leben hin. Der Dalai Lama erklärt, Obwohl es möglich ist, Glück zu erlangen, ist Glück keine einfache Angelegenheit. Es gibt viele verschiedene Ebenen. Im Buddhismus gibt es zum Beispiel vier Faktoren der Erfüllung oder des Glücks. Reichtum, weltliche Befriedigung, Spiritualität und Erleuchtung. Zusammen machen sie die Gesamtheit der Suche eines Individuums nach Glück aus. Lassen wir für einen Augenblick die letztgültigen religiösen oder spirituellen Bestrebungen nach Vollkommenheit und Erleuchtung beiseite und betrachten wir Glück und Freude im alltäglichen oder weltlichen Sinne. In diesem Rahmen gibt es bestimmte Schlüsselelemente, die nach allgemeiner Auffassung zu Freude und Glück beitragen. Zum Beispiel betrachten wir Gesundheit als einen für ein glückliches Leben erforderlichen Faktor. Ein anderer notwendiger Aspekt, den wir als Quelle des Glücks ansehen, sind unsere materiellen Möglichkeiten oder der Reichtum, den wir anhäufen. Ein weiterer Faktor sind Freunde und Gefährten. Um uns an einem erfüllten Leben zu erfreuen, brauchen wir einen Freundeskreis, dem wir vertrauen und mit dem wir uns emotional verbunden fühlen. Nun sind all diese Faktoren tatsächlich Ursprünge des Glücks. Aber bei der Frage, wodurch ein Individuum fähig wird, sie vollständig zum Ziele eines glücklichen und erfüllten Lebens zu nutzen, erweist sich der Geisteszustand als entscheidend. Natürlich sollten wir uns an unserer Gesundheit erfreuen, an unseren materiellen Möglichkeiten, unserem Erfolg und so weiter. Aber ohne die richtige Geisteshaltung, ohne Berücksichtigung des geistigen Faktors, haben diese Dinge nur einen sehr geringen Einfluss auf dauerhaftes Glück. Wenn wir beispielsweise tiefen Hass oder starken Ärger in uns bergen, wird unsere Gesundheit ruiniert und somit einer dieser Faktoren zerstört. Auch wenn wir geistig unglücklich oder frustriert sind, ist körperliches Wohlbefinden wenig hilfreich. Wenn man andererseits jedoch einen ruhigen, friedvollen Geisteszustand bewahrt, kann man selbst bei schwacher Gesundheit eine sehr glückliche Person sein. Heutzutage gibt es materiell hochentwickelte Gesellschaften, in denen jedoch viele Menschen unglücklich sind. Knapp unter der glanzvollen Oberfläche des Wohlstands verbirgt sich eine Art geistiger Unruhe. Es besteht keine Garantie dafür, dass Reichtum allein die ersehnte Freude und Erfüllung schenkt. All das lässt auf den gewaltigen Einfluss schließen, den die mentale Verfassung, der Geistfaktor, auf unsere Erfahrungen im Alltagsleben ausübt und den wir deshalb sehr ernst nehmen müssen. Also, je größer unser geistiger Frieden ist, desto eher werden wir ein glückliches und freudvolles Leben genießen können. Ein ruhiger, friedlicher Geisteszustand bedeutet jedoch nicht, total high oder völlig leer zu sein. Er basiert auf Zuneigung und Mitgefühl und ist mit einem hohen Maß an Empfindsamkeit verbunden. Der Dalai Lama fasst zusammen. Solange es an innerer Disziplin mangelt, die eine Ruhe des Geistes hervorbringt, werden äußere Ausstattungen oder Bedingungen, in welcher Art sie auch sein mögen, niemals das erwünschte Gefühl von Freude und Glück erzeugen. Falls man andererseits aber über diese innere Qualität der Ruhe des Geistes und der Stabilität verfügt, ist es möglich, ein glückliches und freudvolles Leben zu führen, selbst wenn einem viele äußere Mittel fehlen, die man normalerweise für das Glück als notwendig erachtet. Innere Zufriedenheit Ich fragte den Dalai Lama. Manchmal hat es den Anschein, als wäre unsere gesamte westliche Kultur auf materielle Bereicherung ausgerichtet. Wir werden bombardiert mit Werbung, die uns zum Kauf der neuesten Dinge verleiten soll. Es ist schwierig, nicht davon beeinflusst zu werden. Und es gibt so viele Sachen, nach denen wir verlangen. Können Sie etwas über dieses Verlangen sagen? Meiner Meinung nach gibt es zwei Arten von Verlangen, entgegnete der Dalai Lama. Bestimmte Formen von Verlangen sind positiv. Der Wunsch nach Glück, das Verlangen nach Frieden oder nach einer harmonischeren, freundlicheren Welt. Aber ab einem bestimmten Punkt wird Verlangen unvernünftig. Das hängt manchmal von den Umständen oder der Gesellschaft ab, in der wir leben. Wenn man zum Beispiel in einer wohlhabenden Gesellschaft lebt, in der man ein Auto zur Bewältigung des Alltags benötigt, ist natürlich nichts falsch daran, sich ein Fahrzeug zu wünschen. Aber angenommen, Sie leben in einem armen Dorf in Indien, wo man gut ohne Auto auskommt, und Sie wünschen sich dennoch eines, so kann das Probleme aufwerfen. Aber ich verstehe nicht, warum das Verlangen nach einem teureren Auto oder dessen Kauf zu Problemen für den Einzelnen führt, solange er es sich leisten kann, warf ich ein. Einen teureren Wagen zu besitzen, als die Nachbarn mag Neid erwecken, aber es würde einem selbst doch Befriedigung und Freude verschaffen. Der Dalai Lama schüttelte den Kopf und antwortete entschieden, Nein, Selbstzufriedenheit allein kann nicht den Ausschlag dafür geben, ob ein Verlangen oder eine Handlung positiv oder negativ ist. Ein Mörder mag ein Gefühl der Befriedigung empfinden, wenn er einen Mord verübt. Aber das rechtfertigt seine Handlung nicht. All die unheilsamen Handlungen, Lügen, Diebstahl, sexuelles Fehlverhalten und so weiter werden von Leuten begangen, die dabei ein Gefühl der Befriedigung empfinden können. Die Grenze zwischen positivem und negativem Verlangen oder Handeln hat nichts damit zu tun, ob es eine momentane Befriedigung hervorruft, sondern damit, ob seine Auswirkungen positiv oder negativ sind. Wenn das Verlangen nach teureren Sachen auf Unersättlichkeit basiert, dann wird man schließlich an eine Grenze, an die Realität stoßen. Und hat man die Grenze erreicht, wird man alle Hoffnung verlieren, in Depressionen verfallen und so weiter. Das ist eine Gefahr, die dieser Art von Verlangen innewohnt. Ich glaube also, dass diese Form von exzessivem Verlangen zu Gier führt, einer übersteigerten Art des Verlangens, die auf unrealistischen Erwartungen fußt. Und wenn Sie über die Exzesse der Gier nachdenken, werden Sie entdecken, dass sie den Einzelnen in Frustration, Enttäuschung und in ein gehöriges Maß an Verwirrung und Problemen hineinführt. Obwohl die Gier aus dem Wunsch hervorgeht, etwas zu erlangen, ist sie charakteristischerweise nicht befriedigt, wenn man das Gewünschte bekommt. Dadurch wird sie grenzen und bodenlos. Das eigentliche Mittel gegen Gier ist Zufriedenheit. Wenn Sie ein hohes Maß davon besitzen, spielt es keine Rolle, ob Sie ein Objekt erhalten oder nicht. Sie werden immer zufrieden sein. Wie können wir nun innere Zufriedenheit erlangen? Es gibt zwei Methoden. Eine wäre, all das zu erlangen, was wir uns wünschen und begehren. Der Dalai Lama hat bereits auf die Nachteile dieses Verfahrens hingewiesen. Wenn unsere Wünsche und Begierden ungehemmt sind, werden wir früher oder später auf etwas stoßen, das wir nicht haben können. Die zweite und verlässlichere Methode besteht darin, das zu wollen und wertzuschätzen, was wir haben. Innerer Wert Wir haben erfahren, dass unsere geistige Einstellung ein wirksameres Mittel zu Erlangen von Glück darstellt, als äußere Hilfsmittel wie Reichtum, soziale Stellung oder sogar körperliche Gesundheit. Eine andere, innere Quelle des Glücks, eng verbunden mit einem inneren Gefühl der Befriedigung, ist der Sinn für den eigenen Wert. Der Dalai Lama erklärt diesen Sachverhalt wie folgt. Wir können Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen, da wir stets menschliche Wesen innerhalb einer Gemeinschaft von Menschen sind. Das verbindet uns. Und jene menschliche Bindung ist ausreichend, um ein Gefühl von Wert und Würde entstehen zu lassen. Sie kann zu einer Quelle des Trostes werden, wenn wir alles andere verlieren. Ich glaube, das Leben wird ohne dieses Gefühl der Zuneigung und Verbundenheit mit anderen Mitmenschen sehr hart. Qualitäten wie Mitgefühl, Warmherzigkeit und liebevoller Umgang miteinander sind für die Entwicklung eines inneren Wertgefühls unerlässlich. Ich besuchte den Dalai Lama in seinem Heim in Dharamsalam. Nach kurzer Zeit wandten wir uns den Themen Freude und Vergnügen zu. Der Dalai Lama sagt, manchmal verwechselt man Glück mit Vergnügen. Als ich nachfragte, was er genau damit meine, erläuterte er es anhand eines Beispiels. Vor kurzem sprach ich vor indischem Publikum in Rajun. Einer der Anwesenden meinte, dass wir die glücklichsten Momente beim sexuellen Verkehr hätten, dass man durch Sex zu höchstem Glück kommen könne, erzählte er mit herzlichem Lachen. Der Mann wollte wissen, was ich von dieser Idee hielte. Ich antwortete, dass von meinem Standpunkt aus das höchste Glück im Erreichen der Befreiung bestehe, in der es kein Leiden mehr gibt. Das ist echtes, dauerhaftes Glück. Wahres Glück, bezieht sich auf den Geist und das Herz. Glück, das vornehmlich von physischem Vergnügen abhängt, ist instabil. An einem Tag ist es da, am nächsten vielleicht nicht. Oberflächlich betrachtet, scheint dies eine recht offensichtliche Feststellung zu sein. Natürlich sind Glück und Vergnügen zwei verschiedene Dinge. Und doch gelingt es uns Menschen häufig, die beiden miteinander zu verwechseln. Wenn wir uns wirklich bewusst machen, was uns letztendlich glücklicher machen würde, hätten wir ein gutes Instrument an der Hand, besser zu differenzieren. Jeden Tag stehen wir vor zahlreichen Entscheidungen. Und bei allem Bemühen wählen wir oft nicht das, von dem wir eigentlich wissen, dass es gut für uns ist. In jedem Jahrhundert haben sich Männer und Frauen darum bemüht, eine Definition für die angemessene Rolle der Lust und des Vergnügens in unserem Leben zu finden. Keiner von uns bedarf wirklich der Hilfe der alten Philosophen, der Psychoanalytiker des 19. oder der Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, um Vergnügen zu verstehen. Wir erkennen es, wenn wir es spüren. Wir erkennen es in der Berührung oder dem Lächeln einer geliebten Person, in der Schönheit eines Sonnenuntergangs. Aber viele von uns erleben Vergnügen auch in der frenetischen Rhapsodie eines Kokaintrips, der Ekstase eines Heroin-High, dem Taumel eines Alkoholrausches, der Glückseligkeit eines ungehemmten sexuellen Exzesses, dem Hochgefühl einer Gewinnsträhne in Las Vegas. Auch das sind sehr reale Arten des Vergnügens, mit denen sich viele in unserer Gesellschaft abfinden müssen. Obwohl es keine Patentlösungen dafür gibt, diese destruktiven Arten des Vergnügens zu vermeiden, haben wir glücklicherweise einen Ausgangspunkt. Die simple Vergegenwärtigung dessen, dass wir im Leben Glück anstreben. Wie der Dalai Lama betont, ist dies eine unmissverständliche Tatsache. Wenn wir sie bei unseren Entscheidungen im Leben berücksichtigen, ist es einfacher, die Dinge aufzugeben, die uns letztlich Schaden zufügen, selbst wenn sie uns zeitweilig Vergnügen bereiten. Der Grund, warum es gewöhnlich so schwer ist, einfach Nein zu sagen, liegt in dem Wort Nein. Dieses Unterfangen ist mit dem Gefühl verbunden, etwas zu verwerfen, etwas aufzugeben, uns etwas zu versagen. Es gibt jedoch ein besseres Verfahren. Vor jeder Entscheidung sollten wir uns fragen, wird sie mir Glück bereiten? Nicht nur dabei, ob wir Drogen nehmen oder uns das dritte Stück Sahnetorte gönnen sollten, kann uns diese simple Frage als wirkungsvolles Hilfsmittel dienen, alle Bereiche unseres Lebens geschickt zu meistern. Sie gibt den Dingen einen neuen Anstrich. Wenn wir uns mit dieser Frage unseren täglichen Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten nähern, verschiebt sich unser Konzentrationspunkt. Von dem, was wir uns vorenthalten, zu dem hin, was wir erstreben. Nämlich höchstes Glück. Eine Qualität des Glücks, die, wie der Dalai Lama sie definiert, stabil und dauerhaft ist. Einen Zustand des Glücks, der trotz der Höhen und Tiefen des Lebens und der normalen Gemütsschwankungen als Teil der eigentlichen Matrix unseres Wesens bestehen bleibt. Aus dieser Perspektive ist es einfacher, die richtige Entscheidung zu treffen. Denn wir handeln so, dass wir uns selbst etwas geben, statt uns etwas zu versagen. Wir bewegen uns auf etwas zu, nicht von ihm fort. Wir bejahen das Leben, statt es abzulehnen. Dieses elementare Gefühl, sich auf das Glück zuzubewegen, kann eine sehr tiefe Wirkung haben. Es macht uns aufnahmebereiter, offener für die Freude am Leben. Der Weg zum Glück Indem man seinen eigenen Geisteszustand als Hauptfaktor zum Erlangen von Glück erkennt, leugnet man natürlich nicht, dass unsere grundlegenden körperlichen Bedürfnisse nach Essen, Kleidung und Unterkunft erfüllt werden müssen. Aber sobald dies geschehen ist, lautet die klare Botschaft, wir brauchen nicht noch mehr Geld, wir benötigen keinen weiteren Erfolg oder Ruhm, wir brauchen keinen perfekten Körper oder den vollkommenen Partner. Jetzt, in genau diesem Moment, haben wir einen Geist, der die gesamte Ausrüstung darstellt, die wir benötigen, um vollständiges Glück zu erlangen. Seine Herangehensweise an die Bewusstseinsarbeit schilderte der Dalai Lama folgendermaßen. Wenn von Geist oder Bewusstsein die Rede ist, gibt es viele verschiedene Varianten. Genau wie im Fall von äußeren Bedingungen oder Objekten sind manche Dinge sehr nützlich, einige sehr schädlich und andere wiederum neutral. So werden wir im Umgang mit äußerer Materie gewöhnlich zunächst herauszufinden versuchen, welche dieser verschiedenen Substanzen oder Chemikalien hilfreich sind, damit wir uns dann bemühen können, diese zu kultivieren, zu vermehren und zu gebrauchen. Und der schädlichen Substanzen werden wir uns entledigen. Wenn wir vom Geist sprechen, gibt es in ähnlicher Weise tausende von unterschiedlichen Gedanken oder Geistesarten. Unter ihnen sind einige sehr hilfreich. Diese sollten wir pflegen. So ist der erste Schritt im Streben nach Glück das Lernen. Zunächst müssen wir begreifen, wie sich negative Emotionen und Verhaltensweisen schädlich und wie sich positive förderlich für uns auswirken. Und wir müssen erkennen, wie diese negativen Emotionen nicht nur für uns persönlich sehr schlecht und schädigend sind, sondern ebenso für die Gesellschaft und die Zukunft der gesamten Welt. Solche Art der Einsicht erhöht unsere Entschlossenheit, ihnen entgegenzutreten und sie zu überwinden. Hinzu kommt die Erkenntnis der vorteilhaften Aspekte, der positiven Emotionen und Verhaltensweisen. Mit der Erkenntnis dieser Vorteile wächst unsere Entschlossenheit, die positiven Empfindungen unter allen Umständen zu hegen, zu entfalten und zu vermehren. Es tritt eine Art innerer spontaner Bereitschaft auf. So entwickeln wir durch das Lernen und die Analyse dessen, welche Gedanken und Emotionen uns zuträglich und welche für uns schädlich sind, schrittweise eine feste Entschlusskraft zum Wandel in dem Gefühl, jetzt befindet sich das Geheimnis meines eigenen Glücks, meiner eigenen guten Zukunft, in meinen eigenen Händen. Diese Gelegenheit darf ich nicht verpassen. Im Buddhismus gilt das Prinzip der Kausalität als ein Naturgesetz. Wenn Sie sich mit der Wirklichkeit befassen, müssen Sie dieses Gesetz in Betracht ziehen. Wenn Sie bestimmte Ereignisse nicht wünschen, dann müssen Sie die ursächlichen Bedingungen ausräumen. Gleichermaßen ist es nur logisch, dass Sie, wenn Sie das Auftreten besonderer Ereignisse oder Erfahrungen wünschen, die Ursachen und Bedingungen, die dazu führen, verstärken und vermehren. Das verhält sich genauso auf dem Gebiet der Geisteszustände. Wenn Sie nach Glück verlangen, dann sollten Sie die Ursachen dazu anstreben. Und wenn Sie kein Leid wünschen, müssen Sie gewährleisten, dass die Ursachen und Bedingungen, die dazu führen, nicht länger auftreten. Es ist wichtig, dieses kausale Prinzip anzuerkennen. Wir haben von der überragenden Bedeutung des geistigen Faktors für das Erlangen von Glück gesprochen. Unsere nächste Aufgabe besteht nun darin, die Vielfalt unserer mentalen Zustände zu untersuchen. Wir müssen die verschiedenen Geisteszustände klar identifizieren. Und eine Unterscheidung vornehmen, indem wir sie danach klassifizieren, ob sie zu Glück führen oder nicht. Auf dieser Grundlage fragte ich den Dalai Lama, können Sie einige spezifische Beispiele unterschiedlicher Geisteszustände geben und beschreiben, wie Sie diese klassifizieren? Der Dalai Lama erläuterte, Hass, Eifersucht, Zorn und so weiter sind schädlich. Wir betrachten sie als negative Zustände des Bewusstseins, weil sie unsere geistige Gesundheit zerstören. Wenn Sie jemand anderem gegenüber Hassgefühle oder negative Emotionen hegen, sind Sie selbst erst einmal von Hass oder negativen Gefühlen erfüllt. Auf der anderen Seite sind solche Geisteszustände wie Güte und Mitgefühl gewiss sehr positiv und nützlich. Da bin ich neugierig, unterbrach ich Ihnen. Sie erwähnten, es gäbe tausende von verschiedenen Zuständen des Bewusstseins. Was wäre Ihre Definition einer psychisch gesunden oder ausgeglichenen Person? Nun, ich erachte eine mitfühlende und gutherzige Person als gesund. Wenn Sie Mitgefühl und liebende Güte pflegen, öffnet sich automatisch Ihre innere Tür. Dadurch können Sie viel leichter mit anderen Leuten kommunizieren. Und das Gefühl der Wärme schafft eine Art Offenheit. Sie werden feststellen, dass alle menschlichen Wesen genauso sind wie Sie. So werden Sie fähig sein, sich mit Ihnen auf einfachere Weise zu verbinden. Das beschwört einen Geist der Freundschaft herauf. Und es wird den anderen ein Gefühl des Vertrauens und der Offenheit erzeugen. Wie dem auch sei, ich glaube, das Kultivieren von positiven Geisteszuständen wie Güte und Mitgefühl führt unweigerlich zu einer besseren geistigen Gesundheit und zu Glück. Geistige Disziplin Während der Dalai Lama sprach, empfand ich seine Methode, Glück zu erlangen, als sehr anziehend. Sie war absolut pragmatisch und rational. Bestimme und entfalte positive Geisteszustände. Bestimme und eliminiere negative Geisteszustände. Mir gefiel die Tatsache, dass er Emotionen einfach danach als positiv oder negativ unterschied, ob sie letztlich zu unserem Glück führen, statt Geisteszustände, Emotionen oder Wünsche auf der Grundlage äußerlicher aufgesetzter Moralurteile wie »Gier ist eine Sünde« oder »Hass ist böse« zu klassifizieren. Als wir unsere Unterhaltung am folgenden Nachmittag fortsetzten, fragte ich den Dalai Lama »Wenn Glück eine Angelegenheit der Pflege von positiven Geisteszuständen ist, warum sind dann so viele Menschen unglücklich?« »Das Erlangen von echtem Glück kann eine Veränderung unserer Einstellung, unserer Denkweise erfordern. Und das ist keine einfache Sache«, sagte er. Um Glück zu erreichen, bedarf es einer Vielfalt von Vorgehensweisen und Methoden, um mit den unterschiedlichen und komplexen negativen Geisteszuständen umzugehen und sie zu überwinden. Und wenn Sie versuchen, eine bestimmte negative Denkweise zu bezwingen, ist dies nicht einfach dadurch zu erreichen, dass Sie ein- oder zweimal einen speziellen Gedanken aufgreifen oder eine Technik ein- oder zweimal anwenden. Wandel braucht Zeit. Die Transformation Ihres Bewusstseins nimmt viel Zeit in Anspruch. Es gibt eine Menge von negativen geistigen Zügen, und Sie müssen jedem davon entgegenwirken. Das ist nicht einfach. Es ist ein Prozess des Lernens. Sie können im Laufe der Zeit positive Veränderungen erzielen. Jeden Tag können Sie direkt nach dem Aufstehen eine aufrichtige, positive Motivation entwickeln, indem Sie denken, ich werde diesen Tag auf positivere Weise nutzen. Und bevor Sie zu Bett gehen, befragen Sie sich selbst. Habe ich diesen Tag meinen Plänen entsprechend genutzt? Wenn ja, sollten Sie sich darüber freuen. Betrachten Sie den Tag kritisch. Durch derartige Methoden können Sie schrittweise die positiven Aspekte des Bewusstseins stärken. Es geht also darum, frühere negative Konditionierungen oder Gewohnheiten durch neue, positive Verhaltensmuster zu ersetzen. Ganz gleich, welche Aktivität oder Praxis wir verfolgen, Es gibt nichts, das nicht durch stete Übung und Vertrautheit leichter würde. Durch Übung können wir uns ändern. Wir können uns selbst umwandeln. Ethische Disziplin In einer späteren Diskussion stellte der Dalai Lama fest, Ich glaube, dass ethisches Verhalten eine weitere Facette der inneren Disziplin darstellt, die zu einer glücklicheren Existenz führt. Man kann dies ethische Disziplin nennen. Man nimmt an, dass ein disziplinierter Geist zu Glück und ein undisziplinierter zu Leid führt. Und es heißt sogar, dass es die Essenz der Lehren des Buddha sei, im eigenen Geist Disziplin aufzubringen. Wenn ich von Disziplin spreche, beziehe ich mich auf Selbstdisziplin, die angewendet wird, um negative Eigenschaften zu überwinden. Der Dalai Lama hielt einen Moment inne. Während er an jenem Nachmittag eine Zeit lang schwieg, empfand ich all diese Reden über die Bedeutung des Lernens und der Disziplin, als langweilig, verglichen mit den erhabenen Zielen des wahren Glücks, des spirituellen Wachstums und des vollständigen inneren Wandels. Mir schien, dass die Suche nach Glück ein spontanerer Prozess zu sein habe. Ich griff diesen Punkt auf. Ihre Definition von negativen und unheilsamen Verhalten lautet, es ist ein Verhalten, das zu Leid führt. Und sie definieren ein heilsames Verhalten als eines, das zu Glück führt. Zudem gehen sie von der Prämisse aus, dass alle Wesen von Natur aus Leid meiden und Glück erlangen wollen. Dieser Wunsch sei angeboren, er müsse nicht erlernt werden. Damit stellt sich mir die Frage, wenn es in unserer Natur liegt, Leiden meiden zu wollen, warum werden wir dann mit fortschreitendem Alter nicht zunehmend auf spontane und natürliche Weise von negativen und unheilsamen Verhaltensweisen abgestoßen? Und wenn wir natürlicherweise Glück erlangen möchten, warum werden wir dann nicht auf spontane und natürliche Weise immer stärker zu heilsamen Verhaltensweisen hingezogen? Und so im Verlauf unseres Lebens immer glücklicher? Sollte dies dann nicht im Rahmen eines natürlichen Prozesses auftreten? Warum sollten wir für diesen Prozess so viel Ausbildung, Übung und Disziplin benötigen? Der Dalai Lama entgegnete. Wissen ergibt sich nicht automatisch. Wir müssen üben und ein systematisches Ausbildungsprogramm durchlaufen. Heilsame Handlungen müssen bewusst geübt werden. Das trifft besonders auf moderne Gesellschaften zu, denn dort gibt es eine Tendenz, die Frage nach heilsamen und unheilsamen Taten, danach was zu tun und was zu unterlassen sei, dem Aufgabenbereich der Religion zuzuordnen. Traditionell wird es als Pflicht der Religion betrachtet, vorzuschreiben, welche Verhaltensweisen heilsam seien und welche nicht. In der heutigen Gesellschaft hat die Religion einerseits einiges von ihrem Ansehen und Einfluss verloren. Andererseits ist sie durch keine Alternative, etwa eine säkulare Ethik, ersetzt worden. Man scheint der Notwendigkeit einer heilsamen Lebensführung weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Wir müssen eine neue Wahrnehmung dieser Tatsache entwickeln. Und das Lernen und Verstehen der Art und Weise, wie wir uns selbst betrachten, kann einen sehr direkten Einfluss darauf haben, wie wir aufeinander einwirken und unser tägliches Leben gestalten. Ich konterte. Sie behaupten beispielsweise, dass Zorn und Hass eindeutig negative Emotionen seien und letztendlich zu Leid führten. Aber warum muss man über die schädlichen Auswirkungen von Zorn und Hass unterrichtet werden, um sie auszuschalten? Da Zorn sofort eine unangenehme emotionale Verfassung verursacht und es leicht ist, dieses Unbehagen direkt zu empfinden, warum vermeidet man es dann in Zukunft nicht spontan und ganz natürlich? Der Dalai Lama hörte konzentriert zu. Dann sagte er mit einem kräftigen, wohlwollenden Lachen Wenn Sie von Wissen sprechen, das zur Befreiung und zur Lösung eines Problems führt, müssen Sie verstehen, dass es viele verschiedene Ebenen gibt. Je höher der Grad unseres Wissens ist, desto effektiver wird unser Umgang mit den verschiedenen Problematiken. Man benötigt auch die Fähigkeit, die kurz- und langfristigen Konsequenzen unseres Verhaltens zu beurteilen und sie gegeneinander abzuwägen, zum Beispiel in Bezug auf das Überwinden von Zorn. Obwohl Tiere Zorn empfinden, können sie nicht verstehen, dass er destruktiv ist. Im Falle des Menschen jedoch gibt es eine andere Ebene, eine Wahrnehmung, die ihn zu reflektieren und zu beobachten befähigt, dass Zorn ihm schadet. Daher gelangt er zu dem Urteil, dass Zorn destruktiv ist. Man muss fähig sein, diese Schlussfolgerung zu ziehen. Der angemessene Gebrauch unserer Intelligenz und unseres Wissens besteht darin, von innen her Güte zu entwickeln. Zurück zu unserem angeborenen Glückszustand. Wir sind dazu geschaffen, nach Glück zu streben. Und es steht außer Zweifel, dass Empfindungen wie Liebe, Zuneigung, Nähe und Mitgefühl glücklich machen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns die Anlage besitzt, glücklich zu sein und zu den warmherzigen sowie mitfühlenden Geisteszuständen Zugang zu finden, erklärte der Dalai Lama. Es ist eine meiner Grundüberzeugungen, dass Freundlichkeit die elementare oder tiefer liegende Natur der Menschen ist. Worauf gründen sie diesen Glauben? Wenn wir unser Augenmerk zunächst auf die Grundmuster unserer Existenz richten, können wir erkennen, wie entscheidend die Zuneigung anderer für uns ist. Es beginnt mit der Geburt. Unsere allererste Handlung ist es, die Milch unserer Mutter zu saugen. Dies ist ein Akt der Zuneigung, des Mitgefühls, ohne den wir nicht überleben können. Zudem scheint sich unsere körperliche Struktur am besten für Empfindungen wie Liebe und Mitgefühl zu eignen. Wir können beobachten, dass sich ein ruhiger, liebevoller und heilsamer Geisteszustand zuträglich auf unsere Gesundheit und unser physisches Wohlergehen auswirkt. Im Gegensatz dazu können Frustration, Furcht, Zerrissenheit und Zorn unseren Gesundheitszustand beeinträchtigen. Offensichtlich stärken Gefühle der Zuneigung unsere emotionale Ausgeglichenheit. Wir brauchen nur darüber nachzudenken, wie wir uns fühlen, wenn andere uns mit Wärme und Zuwendung begegnen. Oder betrachten sie, wie unsere eigenen liebevollen Emotionen oder Gedanken uns von innen her beeinflussen. Wie sie sich auf unsere Gefühle auswirken. Diese sanfteren Empfindungen und diese begleitenden positiven Verhaltensweisen führen zu einem glücklicheren Familien- und Gemeinschaftsleben. Daraus meine ich schließen zu können, dass unser eigentliches Wesen von Freundlichkeit geprägt ist. Deshalb ist es umso sinnvoller, ein Leben zu führen, das mit der grundlegenden Freundlichkeit unseres Wesens stärker übereinstimmt. Ich warf ein. Angenommen, Güte und Mitgefühl seien die eigentliche Natur des Menschen. Dann frage ich mich nur, wie sie die vielen Konflikte und aggressiven Verhaltensweisen in unserer Umgebung erklären. Natürlich können wir nicht leugnen, dass Konflikte und Spannungen sowohl im Geist des Einzelnen als auch innerhalb der Familie auftreten, ebenso auf gesellschaftlicher, nationaler oder globaler Ebene. Trotzdem bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass die Natur des Menschen im Wesentlichen mitfühlend und freundlich ist, sagte der Dalai Lama entschieden. Das ist der Grundzug der menschlichen Natur. Gewiss können Zorn, Gewalt und Aggression aufkommen, aber ich denke, das geschieht auf einer eher sekundären, oberflächlichen Ebene. Denn sie treten immer dann auf, wenn wir in unserem Bemühen um Liebe und Zuneigung enttäuscht werden. Obwohl Aggression aufkommen kann, glaube ich, dass Konflikte nicht unbedingt von der menschlichen Natur verursacht werden, sondern vielmehr vom menschlichen Intellekt, vom Missbrauch unserer Intelligenz und Vorstellungskraft. Wenn Intelligenz und Güte oder Zuneigung im Einklang sind, wird das gesamte menschliche Handeln konstruktiv. Verbinden wir ein gütiges Herz mit Wissen und Bildung, können wir lernen, die Ansichten und Rechte anderer zu respektieren. So entsteht die Grundlage für einen Geist der Versöhnung, der zur Überwindung von Aggression und zur Lösung unserer Konflikte dienlich sein kann. Die Frage nach der menschlichen Natur Die Ansicht des Dalai Lama über die grundlegend mitfühlende Natur des Menschen scheint sich im Westen in den letzten Jahrzehnten langsam, aber sicher durchzusetzen. Wenn wir unsere Vorstellung von der menschlichen Natur dahingehend verschieben, dass wir sie nicht als etwas Feindseliges, sondern als etwas Freundliches ansehen, kann uns dies ganz neue Möglichkeiten erschließen. Gehen wir hingegen von einer egozentrischen Grundstruktur des Menschen aus, dient bereits ein Kleinkind als perfektes Beispiel, als Beweis für jene Theorie. Nach der Geburt scheinen Säuglinge nur auf eines programmiert zu sein, die Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse, durch Nahrung, körperliches Wohlbefinden und so weiter. Genauso gut können wir aber auch postulieren, dass der Säugling mit einem gänzlich anderen Programm zur Welt gekommen ist, mit der Absicht und der Fähigkeit, anderen Glück und Freude zu bereiten. Beim bloßen Anblick eines Kleinkinds wird man schwerlich das freundliche Grundwesen des Menschen leugnen können. Und von diesem neuen Standpunkt aus können wir ohne Zögern behaupten, dass die Fähigkeit anderem, zum Beispiel der Mutter, Freude zu bereiten, angeboren ist. Sobald wir die Menschen als eher mitfühlend, denn als aggressiv und eigensüchtig betrachten, ändert sich augenblicklich unsere Beziehung zu der uns umgebenden Welt. Das hilft uns, entspannter, vertrauensvoller und angenehmer zu leben. Diese Sichtweise macht uns einfach glücklicher. Meditation über den Sinn des Lebens Der Sinn unseres Lebens ist Glück. Diese einfache Aussage kann uns eine machtvolle Hilfe bei all unseren Alltagsproblemen sein. Demnach besteht unsere Aufgabe darin, das abzulegen, was zu leiden führt, und das anzunehmen, was uns Glück beschert. Dazu bedarf es einer täglichen Praxis und Methode, die eine stetig wachsende Aufmerksamkeit und ein zunehmendes Verständnis dessen umfasst, was wirklich zu Glück führt und was nicht. Fühlen wir uns vom Leben überfordert, ist es oft hilfreich, uns selbst zurückzunehmen und uns auf den übergeordneten Sinn das eigentliche Ziel zu besinnen. Angesichts von Stagnation und Verwirrung kann es von Nutzen sein, sich eine Stunde, einen Nachmittag oder gar mehrere Tage Zeit zu nehmen, um einfach darüber nachzudenken, was einen wirklich glücklich machen würde. Auf diese Weise erkennen wir unsere eigentlichen Prioritäten. Unser Leben bekommt wieder einen neuen Rahmen und frischen Wind und wir sehen, welche Richtung wir einschlagen sollten. Von Zeit zu Zeit müssen wir Entscheidungen treffen, die unser gesamtes Leben beeinflussen können. Allein der feste Vorsatz glücklich zu werden, die zu Glück führenden Faktoren zu erlernen und die richtigen Schritte zu einem glücklicheren Leben zu unternehmen, könnte eine solche Entscheidung sein. Die Hinwendung zum Glück als einem gültigen Ziel und die bewusste Entscheidung, Glück systematisch anzustreben, können unser verbleibendes Leben tiefgreifend verändern. Ich frage mich, ob wir unsere Zeit richtig nutzen. Solange wir im Besitz dieses Körpers und speziell dieses erstaunlichen Menschenhirns sind, halte ich jede Minute für kostbar. Unser tägliches Leben ist von Hoffnung erfüllt, obgleich wir bezüglich der Zukunft keine Gewissheit haben können. Es gibt keine Garantie dafür, morgen um dieselbe Zeit noch am Leben zu sein. Dennoch arbeiten wir allein auf diese Hoffnung gestützt weiter. Deshalb sollten wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, was meines Erachtens Folgendes bedeutet. Soweit wie möglich sollten wir anderen Menschen und Lebewesen dienen. Wer dazu nicht in der Lage ist, sollte zumindest davon Abstand nehmen, anderen zu schaden. Dies halte ich für die vollständige Grundlage, meiner Philosophie. Lassen Sie uns über das wahrhaft Wertvolle im Leben nachdenken. Was verleiht unserer Existenz Bedeutung? Worauf sollten wir unsere Prioritäten gründen? Der Sinn und Zweck des Lebens muss etwas Positives in sich tragen. Wir wurden nicht dazu geboren, anderen zu schaden und ihnen Probleme zu bereiten. Um unserer Existenz einen Wert zu verleihen, müssen wir gute menschliche Qualitäten entfalten. Herzenswärme, Güte und Mitgefühl. Dann wird unser Leben sinnvoll, friedvoller und glücklicher. Dann WillTH und Bekämpf wieder und wieder wie wie